Wusstest du eigentlich, dass es gar nicht so schwer ist, dein Körperfett auf natürlichen Weg zu reduzieren und zwar ohne Diät halten zu müssen? Wenn du es tatsächlich nicht wusstest, dann ist das Video für dich, also hör genau hin, einmal das Plus verschwinden lassen, gib mir noch ein Schein im Herz und dann legen wir los. Im Prinzip braucht es einfache Basics, zum Beispiel einfach genug zu trinken, denn trinken schwemmt übrigens auch Giftstoffe aus dem Körper aus und es ist wahnsinnig wichtig, wenn es darum geht, Körperfett zu verlieren. Trink mindestens 2-3 Liter und ich würde natürlich auf Wasser zurückgreifen. Was vielen nicht so ganz bewusst ist, ist einfach, dass ein gesunder und ein sehr erholsamer Schlaf wichtig ist, denn in den Tiefschlafphasen vor allem bildet dein Körper Fettverbrennungshormone, die einfach für die Fettverbrennung wichtig sind. Und ganz klar, darüber brauchen wir nicht diskutieren, dass natürlich Alkohol, Zucker und auch diese kleinen Snacks zwischen den Mahlzeiten nicht wirklich von Vorteil sind. Ich glaube, das ist allen bewusst. Versuche einfach regelmäßige Mahlzeiten zu essen und zwischendrin die Snacks auch einfach mal wegzulassen. Du möchtest jetzt wissen, wie du den Tiefschlaf verbessern kannst, wie du weniger Heißhunger haben kannst und wie du vielleicht auch mehr trinkst und einfach auch deinen Stoffwechsel wieder in Schwung bringst, dann kann ich dir nur meinen Geheimtipp verraten. Das sind einfach exogene Ketone. Die schaffen das Ganze nämlich innerhalb von einer Stunde. Möchtest du also mehr Tipps dazu haben, schreib doch einfach kurz Info in die Kommentare. Ich freue mich darauf und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.